Warte, halt. Der backt sogar wieder zurück, einfach. Alla! Ich find den voll geil. Ich hätt den voll gern, aber leider kann man Demonyx noch nicht zähmen. Oh Gott! Nein, dann bist du der Atacke, Aiden! Was zur Hölle? Der hat die ganze Zeit nichts gemacht, oder? Jetzt aber halt mal! Alter, was?